Willkommen meine Genossen zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Wir machen weiter mit dem nächsten Deadpool in der B... Okay wir müssen die Party retten von Tony. Das sollte ja kein Problem sein. 1 von 3 okay. Das sind sogar machbare Minikits direkt im ersten Versuch. Und Cindy könntest du auch direkt retten. Nice. Auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und das ist schon direkt am Anfang. Tatsächlich tut er das. Er taucht in jedem Level auf. Und was haben wir hier? Ach das ist der Fahrstuhl. Okay das muss ich wahrscheinlich reparieren gleich. Oh. Da kam ein Lieferung. Oh. 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 Ja was mit Wolverine, der ist ja so ganz alleine Ah, das ist sogar ein Anzug, ich dachte das wäre ein Minikit, aber das ist noch cooler finde ich Ja, ich habe vorliegen 100% zu holen, da hat der Po schon recht Seit wann hast du eine Disco Kugel? Ein Geschenk von Pepper, sie weiß wie sehr ich auf Glitzerzeug stehe Hier brauche ich auf jeden Fall Telekinese, das kann ich erst beim nächsten Mal dann machen Hier gibt es auch noch ein bisschen Geld, das will ich auch haben Du wirst wissen, dass ich der DJ bin, wenn ich dich meine Beat spüren lasse Und jetzt meine Damen und Herren, die Mambo Maschine, der Blechmann des Tango, der Stahlsultan des Swing, der eiserne Patriot Oh wow, läuft das Ding bei Fernbedienung? Nein, Rhodey ist da drin Ich bin Rhodey Oh Ich wollte schon sagen, wer ist dann, oh ich will sich darauf geachtet wo ich hin muss Ach das ist leicht, zeigen wir ihm wie es geht Rhodey Okay, okay, ich muss mal dahin kommen Okay, okay, ich muss mal dahin kommen Na gut, noch ein Versuch, diesmal sollte ich es schaffen Ja, guck das gar nicht, das ist nicht so schwer Okay, ich muss mal dahin kommen Okay, ich muss mal dahin kommen So, jetzt habe ich selber Ich kann auf jeden Fall nicht zweimal auf dem selben Feld landen Was ist mir gerade aussersehn passiert, muss ich aufpassen Das war's für heute. So rettet man eine Party mit den Avengers. So rettet man einen elastischen Hosenbund. So rettet man eine Party.